So, liebe Freunde, willkommen zurück bei W.O.W. Retail Version. Es fehlen jetzt noch ein paar Dungeons, die wir geben müssen. Jetzt lass mich mal eben kurz schauen. Dampfkammer und genau. Vielleicht haben wir ja Glück und finden relativ zeitlich was. Das ist meine Hoffnung. Ich kann mal so lange gucken, ob ich es hinbekomme. Ob ich Grid hinbekomme, ja. Weil Grid ist irgendwie verschwunden. Ich finde es nicht mehr. Fragt mich nicht, wo es ist. Hier, man sieht es nicht mehr. Keine Ahnung. Weil sonst habe ich mich auch immer drüber gesehen, ja. Die ganze Zeit. Aber jetzt ist es halt irgendwie verschwunden. Aber egal, dann mache ich das so. Ich weiß gar nicht genau, wo ich hin muss. Was? Das ist zu weit entfernt. Jetzt. Ja... Ich habe einen schönen guten Schaden dabei, glaube ich. Äh, da wollte ich etwas backen. Sehr gut. Aber das geht klar, was ich hier mache mit der Menge an Pullen. Sofort die Curse, wow. Ich glaube der Highline hat Schatz drauf. Normalerweise hätte ich gar nicht so viel Angst davor viel zu pullen. Aber seitdem der Hunter halt echt ein bisschen schlechter, äh, der Krieger echt ein bisschen schlechter jetzt ist als vorher, bin ich da ein bisschen vorsichtig. Ja. 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 Ich glaube, ich muss dort hinlegen. Es laggt. Das war ein üblerer Lag. Das war ein sehr, sehr üblerer Lag. Das war ein sehr, sehr üblerer. Warten wir eben auf den anderen Damage-Dealer Ja, das ist übrigens das, was ich brauche hier Das sagt gerade gar nicht genau, ob man die Elementare vorher besiegen muss oder nicht Ja, das ist nicht mehr heran Unsere Herzen wird euer Untergang sein Ich kann da eben kurz nochmal die zu Teufelsasen vorkommen Eigentlich könnte ich jetzt auch rausgehen, aber es wäre da sie Und deswegen mache ich das für mich nicht Das ist zu weit in Karte Und ob es hier noch mehr gibt Leider keine Waffen Ich muss näher her Das war mein Level Up, naja Kommt jetzt der ganze Rest Hätte ich nicht gedacht Hätte ich gedacht, der Schmarrn kommt da aus Ich bin außerhalb da Guck mal, jetzt habe ich das schon von mir Avatar, endlich mal Mal weiteren Def-CD Das ist zu weit in Karte Ich könnte gerade gar nicht genau sagen, wobei wir das erste Mal hier drin waren Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen länger her Ja Diese Sklaven hier, die fliehen immer, wenn man die Naga erledigt hat. Die ist immer ganz praktisch. Ich würde hier eigentlich auch mal zwischen, also wir sind jetzt ja gerade dabei, diese Dungeons hier noch zu machen, ne? Also eigentlich eigentlich würde ich ja gerne schon würde ich ja gerne schon irgendwie ein neues Add-on geben. Mordend. Aber und das ist das Problem, dann kann ich diese Dungeons nicht mehr geben. That's the problem. Und ich möchte halt unbedingt wissen, was bei der Quest rumkommt. Das ist etwas, was mich äußerst interessiert. Da ist der Hunter, der macht der macht schon gut Schaden. Eine Maske der Buße. Ist schlechter als das, was ich habe. kurz überlegt, ob ich mir Adamantit hole. But no, I won't. Ich denke, das kriegen wir übrigens tatsächlich in einem einzigen Part hin. Überrascht mich ein bisschen. Also klar, könnten wir jetzt gleich nochmal resetten und einen neuen Part starten. Mach aber nicht, ich mach das dann in der Naja durch jetzt. was ich weggebe, keine Maske. Na Maske der Naja durchle cruste muss ich mir verletzt, nicht hin. Geh! Schon wichtig, dass man die einigermaßen jetzt hier zählt, aber wir haben halt, ja gut, kann man die halt schon komplett weglassen. Nein, ich dachte, die müssen die auch noch machen, aber nö. Ich glaube, diesen Destillationsapparat müssten wir zerstören. Schön. Sehr, sehr schön. Dann wäre direkt wieder eins abgehakt. Das gefällt mir. Das bedeutet, uns fehlt dann jetzt noch zuletzt zerschmetterten Hallen. Seid gegrüßt. Man sieht sich. Okay. Gut. Ich mach dann jetzt aber auch erstmal einen Cut. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder, also übermorgen. Vielleicht dann direkt mit den zerschmetterten Hallen. Ich warte jetzt noch mal kurz neun Minuten und wenn wir dann da reinkommen, dann mach ich direkt noch ne Folge, falls nicht. Wir hören uns auf jeden Fall übermorgen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.